Er macht jetzt das gleiche wie eben. Das ist so knapp. Das ist unser Weg. Was ist das? Worauf ist hier? Der Weg ist frei. In Wartestellung. Bereit. Feindliche Einheiten in sich. Feuer einstellen, Leute! Das ist doch wahnsinnig, hier anfangen rumzuschießen wie nix anderes. Wir verstecken uns dort. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Wir warten dort. Einheit wird angegriffen. Das ist auch ein Erfolg, also speichern wir das auch wieder ab. Ich weiß, ich rede bei dem Projekt ein bisschen weniger als sonst. Ganz leise. Feindliche Einheiten in Sicht. Feuer der Position. Feindliche Basis in Sicht. Dass es halt wirklich einfach so ein Ding ist, wo man sich unglaublich konzentrieren muss. Mich sieht niemand kommen. Bis wohin müsst ihr hinfahren? Gehen. Behen. Ausklingen! Feindliche Basis in Sicht. Wir haben ja keine Ahnung. Fahre in Position. Getankt und bereit. Aufpassen. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir schleichen uns an. Ihr habt eure eigenen Einheiten abgeschossen, ey. Genau das meine ich. Da muss man jetzt hier sehr, sehr vorsichtig sein. Feindliche Basis in Sicht. Also bis dahin sollte ich fahren können ohne Probleme. Feindliche Einheiten in Sicht. Das Ende naht lautlos. Feindliche Basis in Sicht. Das Ende naht lautlos. Bevor wir jetzt hier die ganze Basis nach und nach und Stück für Stück auseinander nehmen. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Aber falls das natürlich auch möglich wäre, machen wir aber nicht. Einheit wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Wir machen ja mal genau so weiter wie wir jetzt das machen. Schön vorsichtig. Ich. Jetzt! Wahre in Position. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir warten dort. Feuer! Einheit verrucksen. Reckenklammern. Einheit verrucksen. Rücke vor. Schnell, Kratzern! Unsichtbar. Nein, die Basis in Sicht. Jetzt haben sie ausgespielt. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheiten angebildet. Einheiten befördern. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Denn da fliegt unsere Tarnung auf, wegen den neu produzierten Raketen-Buggys. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Lautlos und tödlich. Das macht jeder nicht. Einheit befördert. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Es dauert langsam. Wir müssen näher ran. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Überfallt sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Jetzt. Der heimliche Tod. Aufpassen. Mich sieht niemand kommen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Feindliche Basis in Sicht. Wir schleichen uns an. Feindliche Einheiten in Sicht. Das sieht sehr gut aus. Die Jungen-Kanonen-Netzwerk offline. Unter 6.3 bitte sogar schon, ja? Einsatzziel erreicht. Empfange Nachricht. Das Finanzministerium der GDI ist ungeschützt. Zerstören Sie es. Alles klar. Das ist, äh... Wir warten dort. Einheit wird angegriffen. Schön ruhig. Geleitet zum Ziel. Feindliche Basis in Sicht. Ganz leise. Macht sie fertig. Feindliche Basis in Sicht. Beleitet zum Ziel. Was? Warum haben wir verloren? Ach, weil die letzte Einheit von mir gefallen ist, oder was? Das ist ein Quatsch. Ist das denn hier? Das war doch kaputt. Nee, so klappt das auf gar keinen Fall. Aufpassen. Ganz leise. Das Finanzministerium der GDI ist ungeschützt. Wir schleichen uns an. Fahre in Position. Rücke vor. Einheit verloren. Ganz leise. Macht sie fertig. Einheit verloren. Wir verstecken uns dort. Ja, jetzt aber. Jetzt haben wir es auf Detail geschafft. Also wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, dann aber ist es auch nicht. Wir hätten es ja eigentlich davor schon geschafft. Das war eine schöne Mission. Die hat mir sehr gut gefallen. Das ist mal so ein bisschen nicht dieser klassische Basenbau. Der Doktor verschwindet ist auf jeden Fall bestimmt auch eine sehr gute Mission. Allerdings werden wir das wohl erst im nächsten Stream entdecken. Denn ich würde für heute gerne aufhören und Schluss machen. Wir haben heute relativ viel geschafft. Ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Stream. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Damit bin ich raus. Ja, und bedanke mich ganz ganz herzlich für den tollen Stream bei euch nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Danke, danke. Damit bin ich raus und sage Bye Bye.